So, Willkommen zu Zoom, so weit ihr tippt, Episode 4, Level 8 und damit das letzte Level von der vierten Episode und damit das letzte Level von der letzten Episode und damit das letzte Level von dem gesamten Let's Play. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja. Mal gucken, wie es wird. Äh, wie viele Gegner? 300, ach Gott. Irgendwie kann ich mir jetzt unter dieser Zahl gar nichts vorstellen. Was ist denn das hier, bitteschön? Hallo? Ähm. Ah. Äh, wow. Ah, hier geht's weiter. Äh. Hä? Moment mal, wenn man nicht springen könnte, wenn man jetzt hier an der Stelle gefangen würde, man würde überhaupt nicht mehr weiterkommen. Ist ja interessant. Habe ich halt irgendwas falsch gemacht? Und das geht's nichtiner! Ist ja einfach nicht so gut. Ah. sama. Äh. cedeá. Haben wir es sleeve? Äh. 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 Huh? 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 Ein Puzzle-Level wahrscheinlich, ah super, gut, dann gucken wir mal, was dieser Stapir repräsentiert. Also hier ist schonmal nichts. Ah, ich glaub ich weiß was, diese Stäbe, die uns blockiert haben. Wenn mein Verbot so richtig ist, dann müssten jetzt die Stäbe hochgefahren sein. Jawoll! Nice, gefällt mir. Oh. Wow. Wow. Ach, klingt ja genau gar nichts hier. Na komm. Oh Gott, denkst du noch ein paar andere Wege hier. Ach ja, hier waren wir ja. Oh. Oh oh. Ob das nun eine Falle ist? Äh. Das ist eine Falle. Oh, das ist doch nicht. Ich dachte schon, das Ding zerquetscht uns jetzt. Kennt man ja, ne? Kennt man ja. 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 Ach du Kacke. Bitte der Reinach. Wow. mag ich kann man so machen so hier muss man mal hin genau halt da was für eine verwickelte kacke hier oh oh ja 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 Wie ist das hier? oh wow ein raum der nicht gelistet ist gelistet ist und wird auch nicht mehr rauskommen die frage ist nur a komme ich wieder aus und b wenn ich wieder rauskomme wie ah ah Ah! Das ist ein bisschen was? Moment, ich weiß, das sind hier... Ja, das sind verschiedene Ecken. Ach nee, nur verschiedene Seiten. Zu dem da unten komme ich nicht. Dann habe ich da gestartet. Nee, das ist ja was gestartet haben. Klar. Das ist ja was gestartet haben. Was? Oh oh. Oh Gott, nein, keine Spinner. Hallo, kann ich vielleicht nochmal... Alter, der Weg ist genau so breit, dass ich nicht dran vorbeikomme. Leckt mich am Arsch. Ah, das war aber nicht so schön. Hätte ja was werden können, ne? Was? Was? Der kann ich einfach mal geteilt für euch. Ah. Ah. Was? Oh Gott. 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 Das war's. Was? Oh. Ah. Hä? So, jetzt haben wir den roten Key. Oh. 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 Was ist das? Hä? Für was gibt's hier einen Ausgang? Hier ist doch gar nichts. Ach, weg mich. Hallo, ich häng fest. Ach so, es ist ein BFG. Hä? Wer hat mich hier gerade abgeschossen? Hä? Einshaft jetzt. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo die rote Tür ist. Ah! Achso, hier waren wir ja bereits. Ja, gut. Ach nee, das ist der Akron. Lol. Ah, okay. The question is, wie komme ich da rein? Wie komme ich da in die Mitte rein? Ach, das sind die Dinger, die hier aufgegangen sind. Wow. Ja. Gut, okay, halt. Ich muss zurück, kann das sein? Wie komme ich jetzt am dümmsten auf die andere Seite? Ah, ja. Doch, ich muss zurück. Das ist ja so langsam, ey. Okay. Okay. Oh, oh. Yay! Ja, bitte was? Jetzt komm ich an den Ding gar nicht mehr ran, oder? Oh, lol. Nee, nee. Dankeschön. Ja, bitte. Was war das jetzt hier? Das war so ein kleiner Baby. Nee, den brauch ich nicht. Ich brauch was Richtiges. Was war das jetzt hier? Das war so ein kleiner Baby. Ja, bitte. Das gefällt mir. Ja gut, das war's mit der Episode und damit mit dem gesamten Let's Play für Doom 2. Das war durch. Ja, das war jetzt erstmal auf meiner Agenda. So ziemlich das Letzte. Ja, das war jetzt durch, brauch ich nicht mehr. Danach kommt dann Friedung und Back to Saturn X2. Allerdings ist noch in Frage Sigir. Sigir. Ja. Das spürt man, wenn es rauskommt mit Brutel Doom wahrscheinlich. Ja, Sigir ist das neue, die neue Episode für Ultimate Doom. Also die fünfte Episode quasi. Also quasi eine Erweiterung für Doom. Für Doom. Äh, äh, von John Romero. Der Typ, der Level, äh, die erste Episode von Doom designt hat hauptsächlich. Ähm, ja. Der bringt jetzt zum 25. Geburtstag von Doom. Ähm. Ähm, halt nochmal komplett out of order. Äh, wie sagt, eine Erweiterung raus. Komplett for free. Und das werden wir auf jeden Fall spielen. Wenn's da draußen ist. Es soll jetzt die Tage rauskommen. Äh, ich selber hab absolut keine Ahnung. Kann auch sein, dass es sogar schon draußen ist. Äh, aber noch ist hier halt, ähm, ähm, la 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 la. Das ist alles, was irgendwie zu dem Datum bekannt ist. Von daher guck ich immer wieder, ob's hier irgendwelche Neuigkeiten gibt's. Ja, halt also wenn das draußen ist, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein Spiel. Aber eben, das dauert halt noch. Deswegen ist das noch so ein bisschen Fragezeichen. Ansonsten kommt danach halt Brudel-Dum, äh, Fried-Dum. Also Fried-Dum mit Brudel-Dum so rum. Ähm, ähm, oder halt Back to the Ton X2. Denn wieder mit Doom vor Doom. Ja. Ansonsten, die nächsten Tage, also morgen und übermorgen, äh, kommt denn für euch sowieso erst mal mein Klon. Zwei. Also mein Test-Let's-Play. Jo. Soviel zum aktuellen Status, ne. In dem Sinne. Schau mit V.